moin moin liebe leute willkommen zurück zu moria fangen wir gleich an mit einem kommentar von pizom erstmal hallöchen du kannst sachen auch werfen mit der r-taste da hätte das rohr auch werfen können ja klasse okay gut dankeschön das wusste ich nicht aber schön zu wissen dass es funktioniert falls es dann wieder vorkommt dass ich was werfen müssten ja kann ich auch das werfen oh ja tatsache ich kann hier die axt werfen okay alles klar will ich aber nicht und gut ich bin repariert es geht weiter ich weiß es gerade doch ich war hier da war ich durch ne ich brauche noch mal ein bisschen stoff fetzen für die nächste rüst also für die rüstung hier noch habe ich jetzt eigentlich holz eingepackt ich habe gar kein holz eingepackt das ist aber schade ne weil ich wollte ein bisschen holz einpacken wobei guck mal tor zu durins hochstraße das ist da bin ich da mache ich mal hier die richtung mal hier erstmal aufdecken weil ich glaube wenn ich hier aufdecke komme ich denn da durins hochstraße das will ich ja noch gar nicht ich will ja noch ein bisschen hierher so jetzt habe ich jetzt bin ich hierher gedackelt und habe schon vergessen was ich eigentlich wollte was wollte ich ich glaube ich wollte holz einpacken okay war nicht viel holz drauf macht nichts dann sammeln wir unterwegs noch mal ein bisschen holz noch ist ja okay früher abend darf ich mal kurz schlafen gehen ich glaube da wird zwar tief in der tiefen nacht sein aber tiefste dunkelheit ja wir schauen mal so braten essen ja kommen gehen wir erstmal gehen wir mal doch hier lang anstatt da drüben lang sagen wir hier mal ein bisschen holzstücke ein irgendwie leuchte ich auch nur ach ja klar mein bergarbeiter helden na klar der leuchtet mir ein bisschen den weg dann brauche ich ja gar doch die fackel macht schon ein bisschen mehr ja hier war jetzt nichts mehr außer ein bisschen holz aber ich bin froh mit dem abenteuer rucksack das kann ich endlich definitiv ein bisschen mehr schleppen ne ach das war ja hier da kann ich glaube ich noch gar nicht durch ne außer ich arbeite mich drüber hindurch ich weiß auch nicht ob das immer verschwindet denn dann gehen wir doch und die andere richtung erstmal noch nach ich habe es keine ahnung verschwindet irgendwann muss ich mich oben drüber bauen wenn ich dann da hinten irgendwann nicht mehr weiter kommen dann baue ich mich halt drüber aber erstmal nämlich die einfacheren wege so das war stimmt hier ging ja auch noch was da war mal so eine spinne ja jetzt noch würde ihr was platz hier ne habt ihr keine chance mehr mal gucken erstmal hier abbauen bam bam das waren tausende von kleinen mini spinnen spinnen naturfaser ja ok ah guck mal hier brauchen wir da stein alles klar stoffreste hier stoffreste stein einsammeln wo bist du ups spitzehacke mal raus da kommt einer na ja mehr hast du nicht drauf genau ne zwei steinchen habe ich bekommen ach ja 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 genau locker wie locker ja voll Oh, halt, Stein. Noch mal Stein. Ah, hier ist sonst nix mehr nach. Okay. Ah, guck mal, hier ist ein Felsen. Na, dann lass uns doch mal hier den Felsen ordentlich abbauen. Dann haben wir auch mal wieder reichlich Stein, ne? Wo buddel ich mich denn durch? Ach, keine Ausdauer mehr. Okay. Der Morgen dämmert. Ja, kommt ja eigentlich wie gerufen, ne, der Felsen hier. Aber auch mächtig. Mächtig groß, das Ding. Ja, mächtig. Also die Statuen sind mir jetzt schon mal safe, ne? Statuen sind mir safe, ne? Oh, guck mal hier, 99 Stein. Viel zu viele Steine jetzt. Krass. Alles klar. Das auch noch mal. Da oben ist noch mal Eisen. Ich hammer mich mal hier durch. Vielleicht komme ich ja irgendwo hier an. Guck mal, ich kann mich nämlich ordentlich durchbuddeln hier. Nee, komm, also, ich komme näher irgendwo an. Nee, das ist hier alles zugemauert. Aber gut. Also wenn du mal hier Steine brauchst, komm hier rüber. Da findest du ordentlich was. Was ist das hier eigentlich? Irgendwie so ein Schatten oder so, ne? 231 Steine. Na, wer sagt's dann? Eribor Stiefel. Eins von zwei. Ja, wer sagt's dann? Eribor Stadtwachenhelm. Alter. Wow. Okay. Oh, was haben wir denn da? Was bist du? Golderz. Ah, andere Spitzhacke. Tut mir leid. Ah, ihr rast gerade die stärkere Spitzhacke, ja. Okay. Muss ich mal gucken. Da hinten war ich gewesen, ja. Da ging's da durch. Da ging's da hinten aber auch noch weiter, ne? Ah ja, ich war ja noch nicht hier fertig, ne? Ah ja, stimmt. Hier war ja das, äh, mit dem Schatten. Dann lass mich mal von der anderen Seite gucken. Da war ja auch so ein Durchgang, den ich machen konnte, ne? Guck mal. Da war ja auch so. Ja, gehen wir mal durch das Eisenerz hier. Machen wir mal zu. Der hat mir jetzt aber echt wehgetan, ne? Der hat mir jetzt aber echt wehgetan, während ich am Restaurieren war. Und ich bin auch schon fast wieder tot. Und ich kann damit leider nichts regenerieren, ne? Damit regeneriere ich den Hunger. Aber nicht mein Leben. Na, mit dem Honig ein bisschen, aber auch nicht so vollwertig. So, die Erebor-Stiefel. Oh, da geht's aber tief abwärts. Wo geht's hier hin? Da ist auch noch mal Eisenerz, ne? Oh, gar nicht, war so wenig. Ne, hier geht's gar nicht so hin. Nur eine riesen Erzmiele. Oh, heftig, heftig. Okay. Ja, dann würde ich sagen, weißt du, bevor ich jetzt hier weitergehe... Ähm... Ja, da unten muss ich lang, dass ich noch mal nach Hause renne und mir mal angucke. Das müsste noch mal Kohle sein, ne? Warte, was haben wir hier? Ah, ich muss auch wieder Energie tanken, ne? Ja, Kupfererz. Dann lass uns doch die Kohle noch mal kurz einpacken. Lärm schreckt alle Horden auf. Gott, eine Horde naht. Lass es mal Richtung Heimat laufen, weil ich werde nämlich hier eiskalt sterben. Boah, 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 boah Die Horde ist da. Ja, die Horde ist da. Ich sehe sie. Ich habe sie auch schon gespürt. Aber hier kann ich kämpfen. Ich bin zwar so gut wie tot. Jawohl. 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 Der hat mich verdammt. Der hat mich erledigt. Ich war ja auch schon halb tot. Puh. Machst du jetzt noch Schnitzel aus mir oder was? Oh. Der sieht mich doch jetzt gleich sofort. Nein. Alles nehmen. Die aber alles liegen gelassen haben, ne? Die Horde. Hammer. So. Den erstmal reparieren. Dann zieh mal wieder an. L. Shift. Schnellverschiebung. Macht er nicht. Okay. Macht nichts. Überhaupt kein Problem. Packen wir erstmal unsere Erze alles weg. Guck mal. Ich bin so gut wie voll, ne? Kohle nochmal hier hin. Sinn-Erz hier hin. Das da, ja. Kupfererz, ne? Brauchen wir eigentlich auch nochmal so ein Teil dafür, ne? Guckt mal, wie viel Stein ich habe. Das auch. Naturfaser. Sehr viel. Ein bisschen muss ich ja mitnehmen, ne? Das ist ein bisschen Holz. Stofffetzen. Münzen. Sollte ich auch mal diesen Schatz bauen, ne? So. Die Eribor-Stiefel. Brauche ich Stoffreste? Ja. Ich weiß, wo ich ganz viele Stoffreste habe. Ihr auch? Okay. Das mal. Aber ich nehme mal das Päcklende mit. Die Steine. Habe ich noch keinen. Machen wir mal Kupfererzlager. So. Machen wir mal hier hin. Dann Steinlager. Brauchen wir hier auch irgendwo mal, ne? Machen wir hier hin. Komplett voll. Warte mal. Kupfererz. Hattet ihr die jetzt da reingepackt? Kupfer, Kupfer, Kupfererz. Da ist nochmal Steine. Bronze Barren. Ne, Kupfererz habe ich hier nicht drin, ne? Ne. Habe ich nicht drin. Das ist alles da. Gut, Stoffreste könnte ich von dem einen zu Hause noch viel holen, ne? Dann hätten wir das auch. Eigentlich mal, weil da war ein 50er Päcklende zu Hause. Aber es ist halt auch ein ordentlicher Schritt nach Haus. Ne, wir gehen, glaube ich, hier mal weiter. Ich muss aber erst mal was essen. Mh, was machen wir uns denn leckeres? Gefüllte Pilze. Ich habe so viel von allem. Ich habe so viel von allem. Oh, besser als nichts zu haben, ne? Äh, Stahlschwert. Das Stahlschwert ist, glaube ich, ganz gut, wenn du dann mit Schild arbeitest, ne? Da, Stoffreste. Stoffreste. Der Eribor Stadtwachenhelm. Sehe ich noch nicht. Aber wahrscheinlich auch Stoffreste. Vielleicht ist es doch ganz geschickt, wenn ich mit, wenn ich nochmal da nach Hause laufe. Ich bin ja hier. Weißt du, hier bin ich da rum. Und dann bin ich, glaube ich, ja hier an der Ecke. Es ist nun mal geschwind rüberlaufen. Und da müsste dann auch mal eine Stoffreste sein. Da kann ich auch noch ein, letztende Elm-Viertel-West-Tor. Guck mal hier. Was ist das? Ich dachte, ich habe da schon alles fertig. Aber hier geht nochmal so ein Teil daraus. Hm. Also ich hatte gedacht, ich bin da hinten fertig. Vielleicht doch nochmal zurück. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch, ne? Hm. Stoffreste. Stoffreste. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Dass ich da so ein... So einen Gang habe. Aber ich war hier durch. Was war da gewesen? Hm. Weiß ich jetzt beim besten Willen gerade nicht. Hm. Müsste ich tatsächlich mal gucken. Aber ich gucke mir das mit den Stoffresten hier sowieso nochmal an. Ich hole mal die ganzen Stoffreste rüber. Hier in den Minen von Moria, also wenn ich das so betrachte, da werden wir sowieso eine ganze Weile hocken. Genau, komm. Laufen wir nochmal einen Schritt zurück. Ist ja nichts mehr so großartig gefährliches hier. Aber der Zwerg wird immer stärker. Und steckt auch mehr ein. Also jetzt kann ich schon mit den Orks gut aufnehmen. Auch sehr, sehr schön. Ähm. 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 Oh, oh, oh. ich finde den helmen toll der leuchtet ein bisschen das ist finde ich richtig gut wie war das hier ja guck mal ich wollte die ganzen saphire noch mitnehmen das ist das quatsch das da das da salz kohle stoffreste so mal ist da auch fetzen nämlich die man mit ja gut dann lass uns mal jetzt noch da hinten gehen das muss ich mir so mal angucken wahrscheinlich habe ich einfach nur vergessen dass es da nicht weiter ging na guck mal das sind die ganzen statuen die hatte ich schon repariert gehabt und jetzt sind die wieder kaputt bestimmt wie im update oder so aber ich krieg das da doch ja auch nichts mehr großartiges nach so da und dann ja da gucken wir uns das mal an was weiß dass da in der mitte das blaue zeichen da was war das noch mal naja gut wenn ich jetzt hier dran vorbeilaufe mache ich das einfach noch mal die start und hier zack ah genau da war dieses tor jetzt sehe ich das wieder okay da war dieses tor was ja nicht nicht weiter ging da genau hier war ja die schatten und so richtig ja okay gut das wird dann später irgendwann mal zur geltung kommen okay dann machen wir hier jetzt schluss und in der nächsten folge geht es dann weiter ich glaube schon mal richtung heimat wieder dann können wir von dort aus weitermachen dankeschön fürs zuschauen tschüss